wir kommen zu meinem video meine freunde das gericht hat beschlossen dass samra unschuldig ist meine freunde die beweise von dieser niki irani haben nicht ausgereicht meine freunde ich sag's euch immer man ihr müsst erst auf die beweise hören die beweise haben freigesprochen mann free samra mann es geht in den box damit schreibt free samra mann er ist frei die beweise haben nicht geholfen mann niki irani du hast keine beweise gebracht der junge ist unschuldig warum sag ich immer seid vorsichtig mit falschen beschuldigungen meine freunde es kann schnell nach hinten gehen da muss man extrem vorsichtig sein oder niki irani versuchst du jetzt irgendwie irgendwie fake beweise zu machen oder so ich kann es dir ja nicht sagen man muss ja selbst entscheiden vielleicht hast du auch die falschen beweise gebracht ich bin auf keiner seite mann ich versuch neutral zu sein meine freunde ok meine freunde das war's video von nirn boss abonniere und like nicht vergessen meine freunde bis zum nächsten mal